Was soll denn das auspacken? Auspacken, komm, auspacken Auspacken, auspacken Ah, ich packe aus Okay, na dann Hey, Eisbahn Viel Spaß Hey, was ist denn das alles? Was ist das? Ein Paket, ein Paket, ein Paket Oh, ganz viel, viel drin hier Oh, Paket, viel drin, yeah Was ist denn da drin? Hey Mit Kohle Wie heißt das? Selbstentladerwagen Es gibt auch Kohle hier Ja, und in der Packung auch Yeah, noch ein Wagen Wie neu Hey Ein neuer Wagen Die sind alle genauso Genau so Wow Wow Das ist so Eine Packung Noch eine Packung hier Yeah Wow So viel Kohle So eine Packung für einen Wagen Hm, ich müsste da genau reinpassen Oder wir lassen es so original Weil 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 Es gibt Schmerzen kaufen Hm Hm Das ist noch Drei Hey hier, Kohle Oh Kohle ist teuer Yay Noch eine Ohne Kohle 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 geklaut hier Verheizung Das haben sie schon verheizt Hey, das ist original, nicht? Ja, das ist alles original Was dann einmal eine Kohle fällt Vier Hm Es gibt noch da Es gibt noch da Jetzt haben wir auch Kohle zu Hier Ein Zug dafür Zug In der Lok 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 T3 4 Rot Ja Hier ist aber blau Ja, deswegen haben sie drauf geschrieben Rot Hm Was ist drinne? Eine blaue oder eine rote? Rot Woher weiß denn das? Es steht da Achso, weil es da steht Hey, eine rote Hey, das ist aber gar nicht blau Wow Lok Wir haben meist eine rote Farbe Die gibt es aber auch in blau, in grün, in schlussgrün Wir haben keinen Ton Gefährlich Ver vermutlich Tschüss Nein Guck ーユ Für Gesam Hallo K gord